Hallo Leute und herzlich Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute spiele ich Bad Wars. Ich bin alleine. Aber das Frühstück ist, dass manche haben schon das Video gesehen. Ich habe ein Video gemacht, wo ich alles erklärt habe, was mit mir los ist. Und dann, nach ein paar Stunden später, habe ich gesehen, dass Martin mir geschrieben hat, dass er sogar dazu ein Video gemacht hat, dass er mir verzeiht. Denke ich Leute, kann ich wieder mit ihm Videos machen. Ihr könnt ihn abonnieren, gebt ihm Like. Auch wenn ihr z.B. ein Volk von Bad Boys habt. Luca hat auch einen Kanal gemacht. Ein Doppel-L Gaming. Und da kann ich auch abonnieren. Und jetzt schneller. Also, ich habe gesehen, dass er mir geschrieben hat. Entschuldige auch. Ich dachte nicht, dass er es so ernst nimmt. Weil, das war nur Spaß. Niemand von euch zwei beleidigt. Also, das war nur ein kleines Spaß. Ich wollte mich nicht, wenn Freunde z.B. verletzen oder beleidigen. Ich bin alle Jungen. Ich wollte nur aus Spaß. Und ich weiß, du hast gesagt, wenn ich so ein Video gemacht habe, will unsere Freundschaft kaputt sein. Aber ich habe das nicht, weil ich bin ehrlich. Und ich sage, es ist nur aus Spaß, habe ich das gesagt. Ich wollte nicht, dass du es so ernst nimmst. Und jetzt sind wir wieder Freunde und können wieder aufnehmen. Das Gute ist, dass ich wenigstens wieder einen Partner habe in YouTube. Und dass ich mit jemandem aufnehmen kann. Und nicht, dass ich immer alleine bin. Weil sonst alleine ist es dumm. Und das war's ja jedes Video. Wenn euch das gefallen hat, gib einfach einen Daumen aufnehmen. Schaut bei Doppel und Gaming. Bei der letzten Nachte. Gib ein Like. Gib ein Abo. Gib ein Abo. Gib ein Bon Appar. Wenn ihr euch unterstützt. Und wir sehen uns bis nächstes Mal. Tschüss.